hallochen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von horizon zero dawn ja man mag es kaum glauben wir sind level zwar nicht ob sogar schon 23 bin grad nicht so ganz sicher 23 und wir dümpeln halt oder wir waren immer noch nicht im grenz vor also wir haben noch sehr sehr viel vor uns und ich bin sehr gespannt in dieser folge werden wir wohl wenn nichts weiteres dazwischen kommt das katerdorf oder ja zumindest dieser grenz post oder so erreichen und mal aktivieren das muss ich ihm ja mal nicht entgehen kampfgeräusche wurde das kater vor angegriffen ein verderber ich gehe weg mädchen die maschinen sind gefährlich die auf settings eh ja 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 mich ich ich Okay, ich bringe... Ah, siehst du nicht. Na, komm. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Die Sonne war nicht mal da, weil sie gestürmt hat. Hey Leute, jetzt pass mal auf hier. So, öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los! Öffnet das Tor! Und informiert Hauptmann Balan! Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen! Nach Meridian! Ja. Bewegte zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung. Auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken. Für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Ja, im Licht kann man auch am besten sehen. Wer hier das Kommando hat, weiß vielleicht, ob Nakoa hier war. Meinst du? Oh, ich hab so das Gefühl, uns... Trophäe erhalten! Die fährt der... Bäh, keine Ahnung. Ah, ja. Nakoa, Nakoa, Nakoa. Oh ja, die Rache einer Tochter. Find der Hauptmann des Außensposten. Und noch eine neue Quest, also... Nora wird übergeben. Nora wird übergeben. Das tun sie immer. Barbaren sind widerstandsfähig. Nichts als Ärger. Mehr gibt es nicht im eigenen Land. Hey, und du? Du sprachst von Schwierigkeiten in den Banuk-Ländern. War ich so laut? Meine Ohren leiden wohl langsam durch all die Langbeinkämpfe. Aber es ist wahr. Ich war gerade im Schnitt. Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Ha, nicht wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur... eine Route. Es gibt neue Maschinen und Geister? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Bei der Menge an Banuk-Beerdigung sollte man sich eher davon fernhalten. Das liegt mir nicht so. Ach, wenn du in mein Alter kommst, dann räumst du auch lieber im Sonnenreich hinter Jägern auf. Ist wärmer dort. Handelsroute. Bleiben die Banuk nicht unter sich? Wir Osteram und die Banuk sind immerhin Nachbarn. Ein paar Gebirgspässe ändern das nicht. Ich hab ein paar Bekannte dort draußen, die sich immer noch durch das Eis graben, aber... Es läuft nicht gerade gut. Der ganze Aberglauben und die Maschinen machen es nicht besser. Hm, der Schnitt. Was genau ist der Schnitt? Als die Karja im Krieg den Rand des Banuk-Landes verwüsteten, hinterließen sie den Schnitt. Also ein Schlachtfeld des Krieges. So wie das Tal vor dem Heiligen Land. Mhm. Ein Gebirgspass weit im Nordosten führt dich dorthin. Fremde können da hinein. Sehr zäh, so wie du. Erwarte bloß keine Begrüßung. Vor allem nicht jetzt. Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Tja, die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad durch die nordöstlichen Berge. Er liegt hinter dem Grabhort. Leicht zu finden. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. Auf in die eisige Wildnis. Ja, okay. Das ist die... Das DLC Frozen Wilds. Gehe ich mal von aus. Das dachte ich mir schon hier oben. Und die Quest ist mir jetzt auch weg. Also... Interessant. Die werden wir wahrscheinlich... Wir können ja mal kurz gucken. Ähm... Ja, Level 30. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen... Frag mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich verirrst. Ich bin wache. Bereit statt. Hauptmann Balan. Ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen... Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch... Ich biete dir Antworten dafür. Wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Valid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Nora-Dorf an, Sir. Lakir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakir sagt, man muss immer Meldung machen. Und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Erwart sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Erwart will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht, beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja, während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Wie ist das in Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Awad, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Oseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Die Kaja sind mit den Oseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Awad konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Elsa und Erend halfen ihm. Oseram-Geschwister. Legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei. Sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne. Vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Oseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht. Kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Erwart. Nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein. Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar. Aber nicht so dankbar wie Valid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Gibt's was Neues über die Männer? Ich arbeite dran. Ähm. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Valid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte, Sakia. Was war das Soldat? Gar nichts, Sir. Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja. Einen Vorfall. Versuchter Mord. Präfekt Said kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Said ist hier? Ist er. Hör mal. Ich weiß, was dein Volk über ihn sagt. Aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuch ihn nicht anzugreifen. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avarth hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Ist ein Oseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid, natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Ich muss gehen. Gib Bescheid, wenn du was von den Vermissten hörst. Da werde ich mich sehr schnell darum kümmern. Keine Sorge. Könnten wir überhaupt mal gucken, wo das gewesen sein soll. Okay. Ich sehe jetzt nicht, wo hier eine Quest ist. Für die Loge statt der Sonne. Ähm. Hauptmann Teilnehmer. Ich helfe jetzt noch einen in den Tal vermissten Karcher-Patrouille. Ist gar nicht so weit weg. Erledigen wir. Das ist eben mal unser Auftrag. Nein. So, wir haben auch wieder zwei Fähigkeiten, aber wir brauchen drei. Hierfür. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Heilung immer. Ist das eigentlich für Trank? Okay. Stärkungstrang, Gesundheitsstärke. Aha. Okay. Doch, du. This is key. Auch das Loch. Das Salt Selling. Otr quell. Wir haben geART. Wir haben eine headsethung beioidern. Verdammt. 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 Ey! Was warst du hier? Oh, das ist gut. Hehehe. Wird dir nicht gefallen. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Hier müssten die Maschinen auf Hauptmann Balans Patrouille getroffen sein. So, dann wollen wir mal gucken. Einer der Kaja ist dir gefallen. Oder suche den Leich. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin? Da. Noch ein Kaja Soldat? Gibt es Überlebende? Wo seid ihr hingehen? Da. Ihr wollt euch nicht immer abhauen. Ihr hättet mich nicht verfolgen müssen. Jemand hat fast seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Das istọng der Kaja. Der Kaja ist so schlecht. Das hat man gesehen. Das ist so leicht. Das ist properties. Das lieben Sie. überall blut er hat eine maschine etwas ins wasser gezerrt vielleicht hat er es zur insel geschafft findet lag hier auf der insel woher weiß ich den namen das ist eine art krokodil oh man und hiervon gibt es auch gleich noch ein paar mehr ist ein anfangen was was schnapp maul schnie schnapp maul schnapp maul schnapp das wäre geschafft ja 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 Was muss ich denn von denen töten? Was muss ich denn von denen töten? Ich habe keine Munition mehr, aber noch viele Ideen. So, die haben wir auch. Schon krasse Gegner, muss ich sagen, aber auch die haben wir sehr gut plattgemacht. Fallen Regeln das halt einfach. Oder auch fast wieder genug XP. Für ein... Äh, Dings. Ich komme nicht drauf. Von einem hochmodernen Roboter-Sicherheitsteam. Immer gemütlich. Die biometrische Klimasteuerung passt die Temperatur in jedem Raum automatisch an. Kostenlose Fahrrobote bei Abschluss eines Mietvertrags lassen sie ihren Booteneinkäufe erledigen und Pakete abholen, während sie den Luxus des Riker Lifestyles genießen. Auf unserer Holo-Seite finden sie eine kostenlose, voll immersive Tour durch unsere Anlage inklusive einer anpassbaren Simulation ihres zukünftigen Riker Apartments. Besuchen sie uns noch heute und fangen sie ein neues Leben an. Und wir müssen immer noch lackieren. Lachieren? 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 Liegt denn hier alles rum? Hm, das brauche ich vielleicht noch. Ich nehme alles mit, soll ich sagen. Und ich nehme alles mit, soll ich sagen. Ich nehme alles mit, würde ich sagen. Was ich suche, sehe ich aber nicht. Guck mal, da oben liegt einer. Was? Ich war nicht mal ganz blau und kriegte doch keine Frau. Bei der Sonne. Bei der Sonne. Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wär tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Wie ein Gefangener. Gut. Dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meine Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Das erklärt den Bogen bei seinem Kadaver. Du hast es besiegt? Allein? Stell dir vor. Willst du den Bogen oder nicht? Danke. Ich... Ich wollte nicht in der Fremde sterben. Wie meine Männer. Die Sonne sei mit ihnen. Ähm... Okay. Gut. Ähm... Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenpäuschen und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. cul chi